Da sind wir auch schon wieder am 22. Dezember, bald ist Weihnachten und heute ist mein Freitag. Für die es nicht kennen, das ist etwas wie The Walls, aber man kann von Anfang an angreifen und man hat 4 Teams und wir sind so ein kleiner Raum, weil man hat ein bisschen Holz, eine Werkbank, eine Kiste, ein paar Röfern kann man bauen und man muss sich halt ausrüsten und so und dann die anderen killen. Wir sind hoffentlich zu dritt, aber so wie es auch sind, wir sind wir ja grün und ich spreche am Pferdeband, ich habe einen Bandwurm. Hast du das schon mal gespielt? Bau ein Holz ab. Bau ein Holz ab. Wohin mitnehmen? Hast du Holz? Ich habe gar kein Holz. Ja, wo ist es denn? Da liegt es. Jetzt habe ich 3. Mache ich deine Holzspitze und baue und dann Steine ab. Ich mache mir schon mal Stickies. Warte kurz, warte kurz. Also ich sollte jetzt, wir denken schon noch eine Spitze machen. Ich gebe dir jetzt alles, was ich habe. Ich gebe dir jetzt die 6 Stickies und ich baue Holz ab. Wo bist du? Wo bist du? Gut, hier gibt es 3 Bruchsteine. Soll ich für mich erstmal alle machen? Nein, für mich natürlich. Ja, aber ich erstmal. Und dann baust du kurz das Eisen in der Base ab. Also jetzt... Ich gebe jetzt noch mal Kochsteine. Hey, ich habe ja noch Kochsteine. Ich habe dir ein bisschen mehr gegeben. Du kannst das Eisen in der Bude nehmen. In der Bude. In der Bude. In der Bude. A.K.A. Bude. Warte, es steht noch Zweite. Mir? Da hast du etwas gelernt. Es war in einer privaten Aufnahme, The Walls und so. Privaten Aufnahme, privaten Runde. Privaten Runde, es war ja keine Aufnahme. Ja, haben wir so ein bisschen... Ja, The Walls auf den Highpixel war das? Ja. Einer ist tot von Rot. Was sind wir eigentlich? Was sind wir? Was sind wir? Ähm, grün. Ich glaube, Essen brauchen wir nicht. Wir sind grün. Wir können sonst Pilze machen. Ja, mach Pilze. Nein, man kann auch kein Essen machen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir fast sicher. Ja, und wir haben eben so bei einem privaten Spiel, The Walls auf den Highpixeln. Und da gab es dann schon Probleme. Ich baute mich und baute mich. Und plötzlich... Spitzhaken um Spitzhaken war weg. Hast du mir ein bisschen Eisen für mich? Ich habe Redstone. Hast du noch kein Eisen? Nein. Hast du Fackeln für mich? Nein. Ähm, die Kohle in die Kissen in den Ofen gelegt. Ist wohl neben Redstone etwas? Das kann ich aber nicht da sein. Das ist Unterhandel, das sind die meisten. Ich frage mich etwas, was ich weiss. Ich habe keine Ahnung, wie das so funktioniert. Ich auch nicht. Wo die meisten Sachen zu sehen, habe ich wirklich keine Ahnung. Das ist das... Hast du mir eine Fackle gegeben? Nein, leider nicht. Also, ich meine, ich habe Kohle, ich habe Kohle. Ich habe mich eigentlich... Ich habe Kohle, ich habe ein bisschen Eisen gefunden. Ja, hast du das in der Base abgebaut? Ja, ziemlich alles klar. Bau einfach in sämtliche Richtungen, weil ich möchte eigentlich nicht so weit gehen. Ich muss dann eine gute Höhe finden. Ja, wir wissen, was wichtig ist. Zusammenbleiben, weil... Ja, das ist klar. Weil die können kommen, jederzeit. Ja, Team Gold ist nur zu zweit. Ja. Ich habe eine Höhle. Hast du mir jetzt da Licht gegeben? Warum wird es da plötzlich hell? Vielleicht bist du noch eine Höhle, aber ich habe... Kannst du mich bitte zu Base? Ich bin gleich per Base. Per Base. Weisst du warum? Ich baue mich wieder... Ich habe mich nebendurch wieder zurückgebaut. Da ist... Ne. Hier kannst du, glaube ich, den Ofen mitnehmen. Zum Glück hast du mir eine zweite gegeben. Ich hätte jetzt... Außen rumlaufen müssen. Ich bin dann einer vom Team da. Die Kohle hast du hier nicht abgebaut. Und die Kohle hier. Warum hast du die nicht gebaut? Das ist ein Lavenschild und Sand und eine Lederjagd. Und eine andere. Alles aus dem Team. Das ist Holz. Wir sind froh, wenn wir Werkbänke haben. Kommt uns bitte, Mann. Das ist richtig viel Eisen und alles feste. Wir haben nur hier Holz. Ich schwöre, die haben da genug Eisen für Volleilen. Auf jeden Fall. Wo? Ja, da in der Höhe. Ist der andere mitgekommen? Ja. Wir sind jetzt alle zusammen in der Höhe. Oh, da ist noch eine Kiste. Zwei Ende per. Die habe ich schon noch. Kannst du jetzt... Kannst du jetzt... Ding machen? Oh, öffnen. Stell einfach drei oben einander nebeneinander. Die habe ich. Die habe ich. Setz ihn. Der ist nicht aus dem Team, der gestorben ist. Nein. Es ist nur noch kein Name. Wollen wir nicht, dass plötzlich Fremde kommen? Nein, sie sind auf der Höhe. Dann bin ich ein bisschen blöde, wenn du plötzlich Fremde kommst. Also, es kriegen die Jusen für mich auch zwei gemacht. Gut, erinnerst du mich daran? Wirst du einen Enderperlen oder sollst du dem anderen töten? Gib sie dem anderen. Ich gebe dem die Enderperlen. Wirst du Schleim haben? Was sind die? Ist für gar nichts. Ne Ange will ich aber haben. Warum hast du nur zwei Öl? Ja, hast du den aufräumig oben abgebracht? Nein, für was? War da noch Zeug darin? Ich glaube ich. Ich weiß nicht, habe ich ihn geleert. Es ist auf jeden Fall richtig viel Eis. Hier gibt es Spaß zu. Hast du ein bisschen Kohle für die Eisenreihen? Zauberstisch da einen Spuh. Ich habe jetzt ein Ort sind noch neun Eisendorien. Weil ich habe, es sind jetzt im gesamten vier Öfen. Kannst du mir doch mal ein Schwert machen? Das ist das Erste. Nimm Eisen raus und mach mir ein Schwert. Die könnte kommen. Nein, ich baue da auch schon ab wie du. Kannst du mir auch scheiß machen, dass ich im Dorf bist. Ich bin da hinten und baue. Haben wir genug Kohle? Keine Ahnung. Ich glaube, dass wir ziemlich gute Wünsche stattfunden haben. Wo bist du? Wo bist du? Hinten. Wo? Hier. Nimm es. Nimm es hinter dir. Was soll ich mir als nächstes machen? Hast du schon oben gemacht? Ja, es hat sie 7. Ich habe mir das reingepackt. Das lasse ich jetzt mal da rein. Ich mache mir bereits eine Brust. Dafür danach nichts mehr. Hast du noch ein Stückes für eine neue Spitzkacke? Bist du? Hier. Und hier. Einen Eisendorien soll ich nicht machen, oder? Nein. Ich habe mir eine Eisenbrust gemacht. Und ich wollte die meinen... Ich habe drum einen gehabt. Und wollte, dass du auch dann... Sonst habe ich Eisen für mich und so. Dann kannst du das Eisen zuerst. Oben, oben ist es blau. Aber uns. Aber uns. Blau. Aber uns blau. Aber uns blau. Aber uns. Über uns. Die können kommen. Du weisst, was das heisst. Die könnten angreifen. Oh, sehe ich den Namen nicht. Hier. Wenn du hier so nach oben schaust... Ich sehe sie nicht mehr. Ja, komm. Wo bist du? Aber der Kompass zeigt hinter uns. Licht. Wo haben wir... Ja, aber dann ist noch jemand näher. Komm, komm hier hin. Wir müssen zusammenbleiben. Und vielleicht sollte ich noch die Brustplatte anziehen. Oh, ich wurde gekillt! Von? 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 Nicht von dem hier! Da hinten war ich! Da hinten! Da ist einer! Aber nur mit Steinschwerten? Wo war's dieses... Ja, ich hab ihn nicht gesehen! Wo kam der her? Wo kam der her? Wo kam der her? Ich hab ihn nicht gesehen! Ich hab geschaut, wo der nächste Spieler ist. Ich hab den Kampass gesehen, dass da einer sein sollte. Und der war da einfach... Scheisse! Das ist grauenvoll scheisse! Ja, kannst du nicht weiter... ...weiterleben! Ja, wenn ich ihn überleben knicken, weil ich sie nicht durch bin. Dann bin ich nicht mal da. Das scheisse! Ich gebe dem mal so den Grüß dann. Ja, ich schau bei dir! Du kannst aber auch dann Fraps finden. Ja, nein. Doch! Das gibt nur Daten! Ja, okay, du benennst dich eben mal! Ich mache mir Hosen. Ich mache mir Hosen. Alter, das ist assoziiert! Ich werfe ihm fünf Eisen. Ich werfe ihm fünf Eisen. Ich brauche noch Eisenschuhe. Ich brauche noch Eisenschuhe. Und danach bin ich voll Iron. Und Alchemisten sollte ich auch noch. Du bist nicht gestorben. Du brauchst dich assoziiert. Ist hier irgendetwas da drin in dieser Kiste? Ich habe schon lange geöffnet. Ich meine, ob er etwas reingetan hat, meine ich. Hat mir kein Eisen mehr. Also ich bin voll... Ist der voll Iron? Dem fehlt der Eisen. Dem fehlen Hosen. Ich tu noch Eisen rein. Ich tu noch Eisen rein. Ich dachte schon, es käme jemand. Ich schmisse da kurz. Ja, ich sollte aber auch noch Eisen haben. Was war das? Was? Die haben wir... Blau, blau. Schmicks, schmicks, schmicks. Oh, noch dumm. Spitzhacke hier. Angel hier. Steine. Brauche ich sonst noch was? Der Diamant ist wohl. Ich weiß, der Diamant ist schön. Müsst du dich mal wieder klicken? Nein, warte mal. Der kommt, der soll ich mal kommen. Schau, schau lieber, schau lieber. Warum habe ich zwei Eisenschwerter? Ich habe eines. Meines. Der hat schon... Alter, schau lieber. Wo sind sie? Wo ist der? Da! Aber der andere. Mein Team. Hilf mir dir. Der ist auch der Kunde. Wer ist da gekommen? Mein Kollege hat ihn gekillt. Hilf deinen Kollegen! Was ist denn noch? Wir sind grün. Und du? Was? Du. Da hat keine Rüstung. Da hat keine Rüstung. Oh, Doppelkirchen! Du hast die Erschwert, oder? Nein, die Erschuhe. Die Erschwert hatte der Arzt da oben. Ich will die Erschwert verschirfen. Ich will die Erschwert. Ich darf den Kompass schauen. Du musst die Erschwert haben. Er hat's. Nein, die Erschwert, das ist auch schon okay. Ich bin die Erschwert. Ich habe nicht viel. Schau mal, ob der Tattner Stürmer hat, aber nur einer. Weisst du gar nicht. Ich muss dann mal rausschwarzen, was nicht rausschwarzen. Was nicht rein. Ich habe die Erschwert, das habe ich nicht gehört. Ich habe, irgendwo hatte ich ein Feuerzeug, das weiß ich noch. Achtung kurz. Warum geht das nicht? Ich will verbrennen, was nicht. Weil die Arme weg ist, glaube ich. Es brennt, es brennt. Was haben wir? Wo ist der Letzte? Was habe ich jetzt dann alles gekillt? Eigentlich wollte ich noch etwas bauen. Habe ich jetzt wirklich das Item verbrannt? Ich habe noch zwei ganze Tiefen gekillt. Ich habe noch zwei ganze Tiefen gekillt. Ich habe noch zwei ganze Tiefen gekillt. Was will sie noch bauen? Ohne Stigis. Spitzsack. Du musst jetzt nur schreien, wenn ich jemanden kann. Ja. So eine, so eine Runde. Wirklich alle reden und so. Gibt ihm noch einen Eisenspitzsacker. Da hat wahrscheinlich schon einer. Egal. Ah ja, was hat er gesagt. Dann halt. Dann halt. Also komm jetzt müssen wir gehen. Wo sind sie? Ich will da nichts. Let's go. Jetzt. Go. Ah, von wo kam deiner? Von unten irgendwo. Das ist halt ein Stuhl. Das ist keiner. Wenn ich hier in die richtige Richtung richte. Hat er sich denn mit dem Dias-Schwert? Ja, der hat den anderen von deinem Team schon fast gekillt. Bist du sicher? Ja. Sind die oben rundherum? Ja, ich weiß schon mal. Keine Ahnung. Welche Farbe? Ähm, Grün. Ah nein, ist grün. Nein, gut. Denkst du? Ja, der ist grün. Aber es ist ja nur noch ein Team. Ja, eben. Ich dachte, das wären noch zwei. Das hast du jetzt nicht gesagt. Die zwei Leute. Von oben ist immer besser zum Angreifen. Und dann hat man zwar den besten Angriffswinkel, aber von oben. Ich sehe sie. Oben. Das ist halt, wenn man so tief runtergräbt. Kann man auch schon hochbekommen? Auf die Welt? Nein. 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 Keine Ahnung. Ich glaube, oben wäre ein Bettrock. Das Bett. Das Bett, das rockt. Wenn wir den gewinnen. Also wenn ich den gewinne. Wir sind beide in der Base. Wir sind beide in der Base. Ja, die sind nicht mehr in der Base. Doch. Doch. Nein, die sind schon weiter oben. Hast du nicht den Namen gesehen? Die sind schon weiter oben. Ich weiß gar nicht, wo dein Kumpel geht. Wer ist hier? Das verlässt mich nicht. Ich snickle zwischendurch ein bisschen. So Hunger bekommt man wohl wirklich nicht. Die sind bei sich in der Base. Wo sind die Namen? Oben. Genau das waren wir unten auch. So etwas. Ich habe jetzt die Namen wirklich gesehen. Hier irgendwo. Sneaken soll der. Du soll sneaken. Wenn er jetzt Ock schreibt, ist er dumm. Weil dann hat er nicht gesiegt. Wo sind sie? Es packt. Es war nur ein Knopf. Es packt wegen dem genau gleich. Zum Glück hast du hier zwei Spitzhaken gewascht. Ah, ich sehe sie oben oben. Ich habe drei. Ich habe drei. Ich habe drei Spitzhaken. Ich habe die Namen. Er wollte die andere nicht. Vorhin habe ich ein bisschen andere gesehen. Nein, wenn die runterfallen, dann sind sie... Sind wir... Nein, seid ihr tot? Nein, ist tot. Nein. Von euch? Nein. Nein, nein, nein. Es schreibt doch, oh mein Gott. Er will wohl... Der gekriegt. Selbstmord. Wahrscheinlich. Er hört uns. Er hört uns. Er hört uns zu 100. Er hört uns zu 100. Er hört uns zu 100. Er hat nur zwei. Der andere hat gefällt, wie er schon lebt. Ich leider nicht. Was sind die falschen Richtungen? Nein, nein. Sind wir wohl etwa auf der Höhe? Nein. Das stimmt nicht. Das ist nicht gut. Er ist direkt oben unten. Er ist gerade nach unten gerett. Ja, gut. Aber... Wir sind so zu weit. Ich muss mich nicht. Darum sneaker ich. Ich sneaker seit fünf Minuten. Oder so. Das andere sneaker ist normal. Dann kann ich mir nicht. Es ist doch egal. Dann geht er mindestens auf den los. Ja, aber wenn die grau sind. Es soll schlafen. Alle Fackern sind weg. Weil das läuft bis ganz nah. Okay, okay. Weiss nicht. Aber das ist ja wohl die Bestie. Das ist. Da oben ist ganz nah. Ich wollte nur noch. Aber der direkt bei mir ist. Ist das nicht gut. Okay. Ich weiss nicht, wo ich bin. Und der Kollege, das liegt näscht. Nein, du wüsstest schon nicht, wo ich bin. Gar nicht, etwa. Ich weiß nicht, etwa nicht. Also nicht schlimmer, weil ich nicht schlimmer kann. Dann mach ich es fast nicht. Alter, 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 Alter. Da kann ich zwei besiegen. Gigi, 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 Gigi. Der war knapp. Der war knapp. Und das... Und das... Und das... Und das heute. Das war der voll knapp. Also ich würde sagen, bis morgen. Und bis... Bum.